ok derby ram was können wir denn nochmal machen sinnloses ach hier war doch irgendwo noch diese depesche genau dieses komische wo war das denn wo war das denn dann wollen wir das doch auch nochmal finden und dann machen wir die hauptmission das ist immer der nachteil wenn man gerade zu abend gegessen hat und dann wieder aufnimmt die beiden hier gemacht schön warum fliegst du denn in die andere richtung du blödes ding dann eben nicht also diese shantys sind echt nicht so meins ich bin ja froh dass die feinde jetzt noch so doof sind weil ihr seht ja selber wie so ein hans wurst ich hier laufe vier von sieben geheimnissen die kriegen auch nix mit ne das sind ja wachen ey das sind ja die letzten pfeifen ok aber gut machen sie mir das leben eben einfacher da sind wieder leichte mädchen und jetzt kommen wir zur nächsten mission oh god guten morgen danken gleich hier drüben mr nabe ich fand jemand der mit den übrigen zucker abkauft ein gutes geschäft muss ich sagen er nannte euch das ist der händler der mich hierher brachte zur vorsicht gab ich ihm einen falschen namen gute idee natürlich gerissen wir sehen uns bald später oh ein blöder affe hier ist er ein mann nach dem tempel und assassinen mehr als ein jahrzehnt gesucht haben man sagt euer name ist robert ist das wahr ihr wisst was das ist denke ich den alten geschichten nach wird das blut eines weisen benötigt um das observatorium zu öffnen das ist der schlüssel nun brauchen wir nur noch seinen stand mr roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen bringt ihn in meiner residenz so jetzt haben wir wieder eine folge misst du mein mann ist das observatorium wirklich so kostbar ach ja jetzt muss ich oder nicht oder was oder wie oder wer vorläuferrasse so in einem der ersten briefe äußertet ihr den wunsch diesen mayer mentor zu töten hat dabei konnte dir diesen auftrag noch ausführen bevor ihr hierher kann schubsen wir nicht darauf das ist gleich zappen duster komplikationen wie schade doch die karten und die ampulle die ihr brachte werden es schon richtig ich mag diesen weg nicht hohes zu ungedeckt ja stimmt was nicht bleib bei mir großmeister ich spüre es auch sie dürfen nicht hand an den weisen legen was es auch kostet ich habe ich gemacht muss ich eigentlich alles alleine machen das ist ein kurzer akt ja 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 Geschafft? Ich bin doch wieder betäubt, oder? Ja, sei du bitte nicht so schnell, weil ich komme nicht hinterher. Alter, du hast aber auch eine Geschwindigkeit an dir, du. Mach langsam, dann wirds leichter für uns beide. Wo läufst du denn hin? Ach. Halt! Ja, nur einfach mal weiterlaufen, Fettsack. Meine Fresse. Schneller, schneller, schneller. Kann ich den mit Fuß schießen oder so? Wo muss ich denn lang? Hier. Oh, wo ist der denn? Der hat ja... Der hat ja Super-Pursuit-Mode, oder was? Alter. Da ist ne Kiste! Geht weg, 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 weg. Habe ich ihn? Sie, von allen Seiten, von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios. Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rater einer langfristigen Investitionen. Grafias. Ab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt. Gegen Mittag. Ja, Sir. Natürlich. Mission beendet. Den Weisen von oben anspringen. Habe ich jetzt keine Möglichkeit drin gesehen. Aber ist ihm ja auch egal. Ich muss keinen von oben anspringen. Ich bin nicht so ein Typ. So, wir sind doch gerade an der Kiste vorbeigekommen. Wo war die? Wie viele haben wir denn überhaupt noch? Wie viele Punkte? Was nehmen wir denn? Den hatten wir schon? Okay. Dann nehmen wir das Manuskript. Dann nehmen wir eben das. Kein Thema. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass wir den Punkt schon hatten. Aber okay. 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 Ich will aber nicht schießen. Ich will aber nicht schießen. Ich will aber nicht schießen. Ich bin ja schon weg. Okay. Wer sieht mich denn wieder? Die KI ist wirklich phänomenal. Die KI ist wirklich phänomenal. Den hatte ich schon gelotet. Ich sage dann immer nichts, weil ich habe dann immer Angst, mich zu verraten. Und tschüss. Schnell rein, schnell raus. Mal eine kleine Maus. Da ist irgendwo eine Karte. Ja, ja, ich sehe schon wieder, da ist ein Lieferant. Ja, der ist tot, ich weiß auch nicht warum. Ich kann mir das nicht erklären. Ja, geht mir doch mal aus dem Weg. Was sind denn das für Riesenbauten hier? Ist ja ekelhaft, so eine Riesenmauer. Die Mauer muss weg. Was können wir denn noch an Munition kugeln? Rauchbomben, habe ich. Rauchbomben, habe ich. Ja, Pistole ist noch nicht so meins. Schwerter, die würden mich langsam interessieren. Das Endermesser nicht, der Offiziersrapier kostet 14.000. Der ist natürlich 5, 4, 3, 4, 3, 4. Ist denn der hier der Beste? Kommt, wenn wir es uns leisten können, dann stecken wir es doch einfach mal ein. Habe ich denn jetzt auch die Guten? So, und wo ist hier die Karte? Ja, muss ja noch ein Stück weiter sein. Hier irgendwo muss eine Karte sein. Aber wo? Warum springst du jetzt da nicht hoch? Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Ich habe eine Schatzkarte gefunden. 240, 607. Wo sind wir denn hier? Bin bei 240, 607? 9 war das, ne? Ähm. Ne? Hier? Wo war denn die Schatzkarte? Kommen Sie in der Hauptgeschichte weiter voran. Also, ich muss hier noch ganz viel Hauptgeschichte machen. Okay. Äh. Äh. Ne, auch nicht. F. F3. Warte mal, F3 ist der. 240, 607. An so einer Umrandung. Okay. Oder bin ich ja eigentlich da, ne? Habe ich das denn jetzt gefunden oder nicht? Weil hier habe ich doch jetzt eine neue Karte gefunden, oder nicht? Ach, ich weiß das doch nicht. Ich habe einen Shanty. Ich habe einen Shanty. Ich weiß, es interessiert keine Sau, aber... Das wird aber ein bisschen knifflig hier, oder? Und den da oben können wir uns kümmern. Das ist nicht das Problem. Ich bin gerade wirklich irritiert. Weil, bin ich denn jetzt genau an der Stelle? Also, wenn ich dieses Ding hier habe, dann gucke ich mir das mal an. Ja,anur, Dick. Ach, ich bin. Ja, ich bin. Ah, ich bin. Ich bin. Ah. Wah. wir wollen auch plündern ich war gerade etwas irritiert wie einfach das klingt jetzt wir sehen uns an bord auf jeden fall hier ist ja schon wieder ein gemützer der fluch des piratenkack so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018